Also zunächst, Frau Bender, werde ich Ihren Nacken untersuchen und die Punkte festlegen, an denen wir dann arbeiten werden. Hier tastet man zum Beispiel eine Verhärtung. Ich werde mir das mal markieren. Dann gehen wir von oben runter. Auch hier haben wir auf beiden Seiten, das müssten Sie jetzt auch spüren. Zwei Punkte, die verhärtet sind. Die markieren wir uns auch. Und hier in dem Bereich sieht man auch eine Verhärtung. Auch die werden wir bearbeiten. Im unteren Bereich geht es. Ich werde jetzt das Gerät applizieren. Das heißt, wir werden mit einer niedrigen Energie arbeiten zunächst. Und wenn Sie sagen, dass es okay für Sie ist, werde ich langsam die Energie etwas steigern. Wir fangen bei 1,9 Bar an. Dazu werde ich ein Kontaktgel auf Ihre Haut machen. Nicht erschrecken, es könnte etwas kühl sein. So, das mischen wir hinterher wieder weg. Das Gerät hört sich so an. Nicht, dass Sie erschrecken. Ich mache es mal an Ihrem Arm, dass Sie etwa wissen, was Sie erwarten. Alles klar? Okay. Jetzt gehen wir hier drauf. Hier haben wir die Dornfortsätze. Und rechts und links der Dornfortsätze passt genau dieses Stück. Der Applikator. So. Ist das für Sie in Ordnung? Okay. Dann gehen wir jetzt etwas hoch mit der Energie. 2,1 Bar. So. Jetzt gehen wir an die seitliche Muskulatur. Ich lasse das Gel verteilen. Ich halte mit meiner Hand etwas dagegen. Dadurch kann ich etwas mehr Druck erzeugen und bin jetzt direkt auf dem Punkt, der ihn vorhin weh getan hat. Ist das auszuhalten? Wunderbar. Ich merke richtig, wenn ich über diesen Punkt rübergehe, wie ich einen Widerstand auch spüre, einen muskulären Widerstand. So. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Und jetzt gehen wir noch mal in den Nacken. Ich steigere jetzt den Druck. Wir gehen jetzt hoch bis auf 2,3 Bar. Ich denke, das ist auszuhalten noch. So. Wir haben jetzt 2.000 Schläge appliziert. Und ich hoffe, es geht Ihnen jetzt etwas besser. So, Frau Bender. Wir machen jetzt die Spineactor-Anwendung an der Lendenwirbelsäule. Dazu taste ich mir zuerst mal diese schmerzhaften Punkte. Aha. Ich habe das gerade gemerkt, den Widerstand. Wir malen es uns wieder ein. Rechts und links. Und auch hier taste ich zwei Punkte. Weiter oben. Hier sieht man auch, spürt man auch eine Verhärtung. Auch hier werden wir dran arbeiten. So. Ich bitte mal das Gel. Wir machen wieder das Ultraschallgel als Kontaktfläche. So. Wir haben jetzt das mittelgroße Handstück, damit wir gut in den Bereich der Muskulatur neben den Dortfortsätzen kommen, auf beiden Seiten. Wir fangen wieder an mit 1,8, 1,9 Bar bei 17 Hertz. Und ich werde Ihnen wieder 2.000 Impulse da drauf geben. So. Zunächst verteilen wir ein bisschen das Gel, weil ich werde die Wirbelsäule rauf und runter arbeiten. Und es geht los. Bei den Punkten merkt man richtig den Widerstand, wenn man rüber geht. Und da werde ich auf beiden Seiten das parallel bearbeiten und auch drauf stehen bleiben. Ist das in Ordnung für Sie? Gut. Dann kann man mit der Energie ein bisschen hochgehen. Weiterhin okay? Wunderbar. So. Ich gehe jetzt so ein bisschen Richtung iliosaquale Gelenke. und bin hier auch auf einem Schmerzpunkt. Gleiche machen wir auch auf dieser Seite. So. Hier habe ich einen relativ hartnäckigen Punkt. Da gehe ich mit der Energie sogar noch etwas höher. Ist das noch in Ordnung für Sie? Wunderbar. Wir bleiben genau neben den Dornfortsätzen. Rechts und links daneben. in der Muskulatur. So. 2000 Schläge haben wir erreicht. Alles klar. Vielen Dank. So. So. Mit dem 1,9 Bar. Das halten Sie ganz gut aus. Das ist in Ordnung für Sie, Frau Bender. Wunderbar. So. Jetzt gehe ich etwas höher mit der Energie. 2,2 Bar. Ist das auch noch auszuhalten? Sehr schön. Ich habe hier einen Punkt, der sehr widerspenstig ist. Hier unten. Da werde ich von der Energie noch mal ein Stückchen höher gehen. So. 2,4 Bar haben wir jetzt eingestellt. Und wir bleiben sehr schön direkt neben den Dornfortsätzen von der Wirbelsäule. Einmal rechts, einmal links. Ausdeder war. Ausdeder war. Das ist Autorientiert. Desa. Unduida. Ausdела. Ausd—— Ausdidir. Ausdott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020